Willkommen zurück, Freunde, zu einer weiteren Folge The Binding of Isaac. Wir sind hier stehen geblieben bei Run Nummer 59, das heißt Run Nummer 60 steht bevor. Und wer darf den 60. Run haben? Wir haben Edens Blessing, genau, diesmal hab ich's nicht vergessen. Letztens wurden wir positiv überrascht mit Maggie und jetzt werden wir mit Edens Blessing wahrscheinlich irgendein sehr ganz schlimmes Item bekommen. Wir kriegen auf jeden Fall Judas mit einem Herzchen und wahrscheinlich Isaacs hart. Oh nein! Okay, wir haben... Oh nein! Wir haben Ludovico und Nix Erlebende. Oh nein! Scheiße! Okay, das ist jetzt ein sehr, sehr, sehr großes Problem. Ähm, Ludovico haben wir hier. Uff, ich weiß gar nicht, was ich jetzt davon halten soll. Ich hoffe, dass wir jetzt ein schwarzes Herzchen bekommen. Ludovico haben wir. Oh Gott. Ace of Spades. Okay, 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 okay. Wir haben viel Damage, wir sollten auf jeden Fall unser Buch einsetzen, wenn wir jetzt in diesen Raum hier reingehen. Beziehungsweise, nein, wir könnten eigentlich drauf warten. Ich will das auf jeden Fall erst einsetzen, wenn wir irgendwo in Gefahr sind. Und ein Ludovico Run. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber gut. Finde ich gut, Mann. Finde ich gut, ehrlich gesagt. Das ist ein schönes Item. Also, als wir das erste Mal Ludovico gesehen haben, also es ging mir so, in einem Trailer oder in der Spider-Mod. Da gab es ja Ludovico. Da dachte ich mir, wie cool. Das ist ja unglaublich, dass man seine Träne steuern kann. Diese Idee ist unglaublich. So, wir gehen jetzt erstmal den Shop suchen. Wir haben 14 Münzen. Das ist gut. Äh, vielleicht ist im Shop sogar noch etwas anderes drin, wie zum Beispiel More Options, wie gesagt, ne? Ich weiß, ich wiederhole mich, aber es kann sein, dass dort der Spaß drin ist. Haben wir da rechts gesprengt? Naja, egal. Oh Gott. So, Konzentration, 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 Konzentration hier. Bloß nicht getroffen werden von irgendeiner komischen Superform, die nichts drauf hat. Ah, so viele Geheimräumpositionen. Da oben kann er auch sein. Geheimräumpositionen. Ihr wisst schon, was ich sagen will. Ah, Mist. Wir brauchen einen Schlüssel. Oh, wir brauchen zwei Schlüssel. Wir brauchen drei Schlüssel. Ne, ne, der Itemraum bleibt ja offen, zum Glück. Okay, okay, weg mit dir. So, Ludovico steuere ich eigentlich gerne mit meinem rechten Stick. So. Es fällt ein bisschen leichter. Die Pille nehme ich nicht mit. Das ist bestimmt eine sehr, sehr gemeine Pille. Was haben wir hier drin? Ah, wir brauchen einen Dreikiss-Schlüssel. Mist. Das ist natürlich jetzt ein bisschen in die Hose gegangen. Oh, und wir kriegen jetzt keinen Schlüssel, man. Können nicht in den Shop rein. Ich meine, wir könnten versuchen, uns dort reinzuspringen. Vielleicht, vielleicht passt es ja. Und dort haben wir dann Schlüssel und eine Reroll-Maschine, um ganz viele Schlüssel zu bekommen. Weil ehrlich gesagt, will ich diese goldenen Kisten haben. Ja, Mann. Das ist der Shit. Oder goldener Schlüssel. Na gut, ein blaues Herzchen ist auch gut, nicht wahr? So, hier rechts. Könnte hier der Geheimraum sein? Wir müssen das von allen Seiten auschecken. Es könnte sein. Let's go. Ja, es ist nicht. Okay, gut, 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 gut. Dann verzichten wir jetzt einfach mal drauf. Und gehen in den... Beziehungsweise hier ist noch ein Raum. Okay, der Boss oder die beiden Bosser könnten noch die Box droppen, wo Schlüssel drin sind, nicht wahr? Unter anderem. So, unser Buch setzen wir noch nicht ein. Erst gleich, wenn wir beim zweiten Boss sind. So, oder vielleicht sogar nicht. Und wir warten auf Krampus, weil Krampus mit Ludovico bekämpfen wird wahrscheinlich ein Krampf im Fuß. Verstehst du? So, wir brauchen unbedingt Tears up, damit wir mehr Schaden machen pro Sekunde oder so. Naja, wir kriegen auf jeden Fall eine Extrakarte. Es könnte... Warte mal, wir haben hier Ace of Spades. Warte mal, ich habe Ace of Spades. Hey, Moment mal, ich habe Ace of Spades. Moment mal, das ist guuut. Ich habe da eine klitzekleine Idee. Die werden wir gleich umsetzen. Die Karte habe ich ja gar nicht gesehen und ihr zum Glück auch nicht. Aber ich habe sie. So, wir setzen das Buch noch nicht ein. Ich hoffe, dass wir gleich Krampus bekommen und es sich gelohnt hat. Weil Ludovico mit Kohle ist natürlich auch ganz nett. Je weiter weg, desto größer wird die Kugel und desto mehr Damage machen wir. So, auf Wiedersehen. Na, vielleicht den Wire-Code-Hanger für Tears up? Na, ist auch ein Tears up, sehr schön. Äh, job, das nehmen wir mit. Und was haben wir hier? Es ist kein Krampus, es ist Sukubus und auch noch das Schwänzchen. Das ist jetzt die Frage. Wollen wir das Schwänzchen haben oder nicht? Das ist wirklich die Frage, die wir uns stellen müssen. Weil, ähm, wir sonst zu viele Kisten mit Schlüssel... Ich möchte gerne Sukubus eher mitnehmen. Ich scheiße auf Gappis Tail, weil sonst haben wir auch noch zu wenig Leben. Wir scheißen drauf, okay? Let's go. Ähm, folgendes. Wir haben hier einige Kisten, die wir öffnen müssen, ha? Und der Itemraum... Warte, 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 more Options. So. Der Plan ist es auf jeden Fall hier, erstmal ein bisschen was kaputt zu machen. Sehr schön. Okay, hier sind zwei Sachen. Interessant, interessant, interessant. Was haben wir hier so alles drin? Mhm, hier sind auch zwei Sachen, wenn ich die Kiste noch öffne. Ähm, folgendes. War hier nicht ein Raum voller Scheiße? Hier war irgendwo ein Raum voller Sche... Ne, voller Feuer. Genau, voller Feuer. Hier könnte jetzt auch noch Stuff drin sein, den ich verwandeln kann. Okay, sehr schön. Ah, hier wird wahrscheinlich gleich ja noch eine Münze droppen. Okay, und? Ah, hier haben wir nur zwei Stuff. Okay, ich setze Ace of Spades, glaube ich, dann hier ein. Aber ich gucke erstmal hier rein. Was haben wir hier? Oh, wir haben eine Reroll-Maschine. Wir können rerollen einmal. Let's go. Lass uns das knacken. Mal gucken, ob wir was Schönes bekommen. Ähm, PhD. Oh ja, da bin ich drin, Mann. Da bin ich drin. PhD-Run? Direkt auf der ersten... Naja, ist nicht ganz die erste Ebene, ne? Horv. Ah. Das könnten wir jetzt nutzen, um... äh, den Geheimraum vielleicht aufzuspringen. Einen Moment, ich zeige euch das mal. Horv, wie funktioniert das Ding nochmal? Äh, okay. Ja, hier muss das dann... Okay, da war nicht der Geheimraum. So, Horv haben wir eingesetzt. Wo ist meine Münze? Ach ja, die liegt da. Die liegt da, die liegt da. Alles gut, alles gut. Äh, hier könnte noch eine Münze drin sein. Dann könnten wir uns auch noch ein Ding kaufen. Ein Schlüssel vielleicht. Okay, so. Ace of Spades. Wir haben zwei goldene Kisten. Das ist gut. Wir haben keine More Options. Das heißt, wir könnten hier jetzt mal reingucken. Wäre lustig, wenn hier der Skeleton Key wäre. Aber es ist noch bitterer. Hier können wir jetzt rerollen. Mischt. Okay, Ace of Spades einsetzen. Hoffentlich bekommen wir jetzt aus den goldenen Kisten den Bomben, ne? So, dann könnten wir da nochmal rerollen. Let's go. Und was hast du so schönes für mich? Zwei Bomben und jede Menge Geld. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Sehr schön. Und hier haben wir noch eine Kiste mit... der Möglichkeit zu fliegen. Und hier ist noch eine Pille. Genau, alles schön mitnehmen. Perks. Und da unten ist noch eine. Oh ja, ein Pillen-Run. Wo wir wissen, was die Pillen machen. Das ist unglaublich. Ach, hier war der Kackhaufen-Raum. Okay. Gut, auf den Rest scheißen wir. Seht ihr, da haben wir doch noch was gezaubert aus dieser Ebene, ne? Okay. Ne, da mach ich nichts, da mach ich nichts mehr. Verdammt, mein Schnurrbart-Haar ist etwas zu lang geworden. Es geht ganze Zeit in mein Mundi rein. So, gib mir jetzt was Feines. Number one. Und wir können die Range ja... Ich nimm's mit. Oder fliegt das Ding jetzt langsamer? Ne, die Range ist ja... Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir haben Tiersab bekommen. Sehr schön. Wunderbar. Passt perfekt. Wir haben noch eine Bombe für die nächste Ebene und 10 Münzen. Super, wir können uns auf der nächsten Ebene austoben. Okay, nehme ich auf? Ich nehme auf. Let's go, man. Yes. Die Ebene ist nochmal gut geworden. Das gefällt mir. So. Und Sukubus ist ein guter Begleiter, der die Gegner schön anschwächen kann. So, und mit number one, werdet ihr gleich sehen, werden wir also mit dieser Fire-Rate viel schneller Damage machen. Wir bräuchten jetzt halt nur ein bisschen Damage ab. Das ist halt das, was uns noch fehlt. Um wirklich gut was auszuteilen. Okay, Sukubus, Junge, hast du ihn gerade alleine gekillt, du verrückter Typ. So. Und vielleicht ein bisschen Shot Speed oder so. Shot Speed sorgt ja dafür, wie schnell die Kugel fliegt, richtig? Genau, genau. Und Range ist komplett, komplett sinnlos und schwachsinnig. Sehr schön. Okay, hier ist der Boss. Wir könnten direkt den Boss machen. Wir versuchen es einfach mal. Big Horn. Let's go. Wir setzen einfach mal Perks ein. Scheiß drauf. Und ich glaube, das Buch setzt sich sogar auch ein. Ja, let's go, man, weil dieser Typ echt ein gemeiner Typ ist. Oh, da, guck mal, wenn wir nur so ein bisschen mehr Damage bekommen, dann tut's aber weh. Dann tut's aber richtig weh. So, ich frag mich, was das mit den Billiardkugeln, also was mit den Billiardkugeln passiert, wenn mit Ludovico zusammen... Das frage ich mich sehr schön. Wir kriegen einen Devil Deal. Dieses Buch sorgt ja auch dafür, dass wir eine erhöhte Chance auf Devil Deals haben. Und hier ist unser erstes Damage Up mit Tears Up. Aber wir haben schon das Maximum erreicht. Wir brauchen besondere Items. Das Messer nehme ich nicht mit, das kann ich euch direkt sagen. Ja, es geht um den Streak, bla bla bla, aber nein. Nein, 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 nein. Wieso bin ich so langsam? Ah, wegen dem Stein. Oh Gott. Es geht um den Streak. Wie ist das, aber es geht auch irgendwie um Spaß, nicht wahr? So, und den möchte ich haben. Und den haben wir nicht mit dem Messer zusammen. M-m. Wir brauchen verdammt viele Speed-Up-Pillen jetzt, Mann. Aber sowas von viele. Denn sonst schlafe ich gleich ein. So. Okay. Autsch, 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 autsch. Nicht wehtun, nicht wehtun. So, einmal rübergleiten lassen, die kleine Kugel. Huh. Wir sind aber ganz schön schnell unterwegs hier, nicht wahr? Hm, ich hätte gerne noch eine Bombe, damit ich das hier sprengen kann, weil da sind auch manchmal Pillen drin. Und vielleicht haben wir dort eine Pille, die zum Beispiel Speed-Up macht. Oder vielleicht drei Speed-Up-Pillen, das wäre auch ganz nett. So, so. Eigentlich sollte man die Kiste zuletzt aufmachen. Hier ist das nächste Damage-Up. Oh mein Gott, yes. Jetzt haben wir den Damage, den wir gerade mit dem Buch hatten. Das wird krass. Das wird krass, Mann. Außer, dass wir uns in Zeitlupe bewegen. Aber das wird sicherlich gleich noch. Das war's schon. Oh. Ich dachte, das wäre erst die erste Welle. Okay, wir haben hier eine Bombe bekommen schon. Gib mir Speed-Up-Pillen. Bitte, bitte, bitte. Einmal nur. Mach mit. Uh. Huh? 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 Verdammt nochmal. Okay, Health Up haben wir. Something's wrong, two of spades. Okay, wir können unseren Schlüssel duplizieren. Sehr schön. Das ist auch natürlich ganz nett. Und einmal hier rüber. Danke. Zack, 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 zack. Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt an Speed-Up kommen soll. Ich könnte hier die Mini-Marsh-Dinger kaputt machen, aber ich habe keine Bomben. Äh, die Pilze kaputt machen für den Mini-Marsh. Genau so rum. Aber ich habe, wie gesagt, keine Bomben. Speed-Up. Komm schon. Die Spritze. Ah, das macht die Guillotine. Ich glaube, ich verzichte drauf und gucke aber erstmal, was hier drin ist. Okay. Das könnte uns Pillen geben. Ganz viele. Ich möchte das haben. Ich möchte das haben. Ich möchte Mom's Bottle of Pills und hoffentlich coole Pillen bekommen. Oh ja. Ja. So. Weh, wir haben noch schlechte Pillen. Dann bin ich aber wütend. So, wir haben hier eine Bombe. Da könnten wir gleich mal rerollen. Die Guillotine mitnehmen. Ich weiß ja nicht. Ich glaube, ich lasse es mit der Guillotine. Ich fühle mich heute nicht so Guillotine-mäßig. Keine Ahnung, Mann. Ich habe keinen Bock, heute geköpft zu werden durch die Guillotine. So. Wir haben eine Bombe. Wir könnten rerollen. Ähm. Geld haben wir wahrscheinlich nicht genug, wie es aussieht. Zwei Münzen werden uns fehlen. Ja. Schade, Mann. Schade, schade, schade. Ja. Außer im Itemraum wird gleich noch irgendetwas auftauchen, was wir nutzen können. So. Na komm. Hier runter und leg das Ding. Bingo. Kidneystone. Ne, dann reroll ich hier mal lieber und verschwende mein Geld hierfür. Ähm. Der ist ganz nett. Sollte man nicht unterschätzen. Sollte man nicht unterschätzen. Sollte man nicht unterschätzen. Einmal kurz aufheben. Vielleicht für die... Okay, die Empress. Okay, komm schon. Gib uns... Nein, nein, nein. Nicht mein Buch rerollen. Oh mein Gott. Oh, das passiert mir zu oft. Eindeutig. Lokis Horns. Liegen dann um die Kugel herum Sachen? Das bringt nichts. Ah. Doch, guck mal. Hey. Ist dieser Effekt neu? Ich kann mich irgendwie gar nicht daran erinnern irgendwie. Ist dieser Effekt neu? Das sieht ja voll cool aus. Und wenn wir gleich Lackab haben, also ganz viel Lackab bekommen, dann schießen wir ja... Hoffentlich haben wir Lackab-Pillen. Das wäre cool. Oh, hier im Feuer sind bestimmt zwei Münzen drin, oder? Oh nein. Hier im Feuer sind zwei Münzen drin. Okay. Nur... Das andere Feuer. Lass ich jetzt einfach mal, weil ich sonst enttäuscht werde. Let's go. Okay. Das funktioniert doch mit Logis Horns. Jetzt nur ein paar Lackabs und auf geht's, oder? Curse of the Blind. Ach, hör doch auf. Hör doch auf mit deinem Curse of the Blind. Okay, wir setzen auf jeden Fall das Buch ein und vernichten das Ding hier. Empress wäre jetzt ein bisschen Overkill. Aber vielleicht im Schatten stehen von Sukubus, um ein bisschen Damage Boost zu bekommen. Sehr schön. Wer kommt hier jetzt? Loki? Ich hab deine Hörner. Du willst sie doch wieder haben, oder? Oh, Loki ist im Krankenhaus und kann nicht mehr kämpfen ohne seine Hörnchen. So. Gut, das war's jetzt. Bekomme ich noch etwas gedroppt? Irgendwas Feines? Nö. So. Das sprengen wir. Für ein paar Pillen, wie zum Beispiel Locked Up. Something's wrong. Harf. Und Perks. Alles klar. Ich krieg ständig die gleichen Pillen. Naja. Passiert, passiert. Was haben wir hier? Es ist Cursed Eye. Ich bin sowas von am Arsch. Ähm, Funktion... Oh Gott. Cursed Eye. Ähm, Gulp. Ähm. Ich bin sowas von am Arsch. Habe ich das schon erwähnt? Oh Gott. Cursed Eye. Wir brauchen jetzt unbedingt die Black Candle. Äh, ich weiß gar nicht, wie Cursed Eye funktioniert mit Ludovico. Aber ich hab ein schlechtes Gefühl dabei. Oh nein. Curse of the Blind. Eigentlich ist es am schlauesten, denke ich mal, keine Curse of the Blind mitzunehmen. Aber wenn's dir... Aber manchmal muss man's halt riskieren, ne? Es kann was Gutes sein und den Run retten. Man weiß es halt nie. Man weiß es halt nie. So, okay. Äh, legen wir mal hier die Bombe. Und kriegen noch ne... Hab ich Gappies Tail mitgenommen oder was? Wieso krieg ich hier ganzer Dienstag? Okay, ich beschwär mich nicht. Aber ich hab... Ich fühl's dich an, dann hätte ich Gappies Tail, ne? Oh, das könnte ja das Black Candle sein und so ein Shit. Oh Gott. Mir wird schlecht. Was haben wir hier? Es ist einmal Fruitcake. Okay, vorsichtig. Es könnte auch Ipecake werden. Wir haben jetzt eine sehr komische Kugel bei uns, die auf jeden Fall irgendwann explodiert, weil sie bei uns spawnt. Oh mein Gott. Der Run entwickelt sich in etwas sehr, sehr Schönes. Funktioniert Ipecake damit eigentlich? Weil sonst wäre das unfair, weil manchmal... Weil, wenn wir einen neuen Raum betreten, spawnt das Ding genau vor uns. Okay, was haben wir hier? Neuen Leben hoffentlich. Gut. Ipecake, du Sau. Ich hoffe, du... Da ist Ipecake gewesen. Ne, das war Firemind. Oh Gott. Okay, alles ruhig mal. Wir haben 19 Münzen, aber ich glaube, ich behalte sie für die nächste Ebene. So, hoff... Oh, den habe ich nicht gesehen. Scheiße. Ich habe meine Augen gerade nur für unsere Träne, weil sie abgefahren ist. Das entwickelt sich nicht in diesen Ludovico Run, den ich mir vorgestellt habe. Oh mein Gott. Curse of the Blind, habe ich recht. Okay, an diesem Automaten spiele ich, um Luck-Up zu bekommen, damit Loki's Chance auf das getriggert wird, hoffentlich. So, komm schon. Okay, hier ist der Boss. Wir gehen gleich nochmal zurück und werden die Ebene checken. Wir sind noch nicht fertig mit der Ebene. Okay, wo ist meine Träne? Da ist sie. Gott, die bewegt sich auch voll komisch. Oh Gott. Okay, okay, okay. Sehr schön. Immerhin kriegen wir so ein bisschen Geld, nicht wahr? Hat ja auch seine Vorteile. So, mitnehmen. Was ist das hier? Das ist nochmal ein IP-Upgrade. Okay, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Da haben wir jetzt erstmal genug Staff, um dran zu spielen. Let's go. Ein bisschen Money machen. Vielleicht kaufe ich mir doch das Zeug. Und wenn wir diesen... Also, eigentlich wäre es schlimm bei Curse of the Blind, wenn du das Ding findest, womit du nur Pillen hast. Aber da wir PhD haben, werden wir davon nur profitieren, ne? Sehr schön, sehr schön. Wie wir auch zwei Münzen bekommen. Das ist wunderbar. Okay, wieso kriege ich zwei Münzen eigentlich? Ich check's nicht. So. Einmal die Kollegen hier erledigen. Und gleich können wir shoppen gehen. Uh. Mein Gott, einige Effekte sehen voll cool aus, die wir da haben mit Fruitcake. Naja, gut. Ich bin nicht eingeschüchtert von Fruitcake. Du bist eingeschüchtert. So. Ähm. Wir gehen jetzt mal ganz kurz zurück in den Shop und kaufen mal ein bisschen Stuff, nicht wahr? Und hoffen mal, dass es guter Stuff ist. Vielleicht ist es sogar Chaos. Aber ich weiß gar nicht, ob ich mich über Chaos freuen würde. Aber über diesen Geheimraum hier. Hallo? So. Okay. Dankeschön. War da ein Blaustein? Ne, da war kein Blaustein. Okay. Wir haben bis jetzt keine einzige Lackabminze gefunden. Das ist irgendwie Pech. Könnte man sagen. So. Was haben wir hier? Es ist einmal der Bumerang. Okay. Und einmal Champion Belt. Okay. 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 Cool. Wir re-rollen auf jeden Fall. So. Denn wir können ja noch ein bisschen Kohle machen. So ein bisschen. Was ist das? Das ist Charge Baby. Uh. Gut. 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 Ähm. Ja, dann lass uns die Herzchen jetzt mal einsammeln. Im Geheimraum auch noch. Genau. Kampfraum. Geheimraum. Dies, das. Ich spreng mich mal durch, weil ich fucking faul bin. So. Unsere Bombe droppt auch irgendwie nichts, ne? Das ist ja die Glitterbomb, die eigentlich Stuff droppen sollte. Aber irgendwie passiert dann nichts. Also ich hab jedenfalls nicht davon mitbekommen. So. Lass uns zuerst an dem Teil spielen und dann gehen wir weiter. Den Raum da rechts auschecken. Let's go. Gib mir Money ohne Ende. Ja, man droppt weiter zwei Münzen. Hoffentlich kriegen wir auch noch das Space Item. Damit es nicht gleich vorbei ist. Komm schon. Sehr schön. Oh yes. Mal. Wieso kriegen wir zwei Münzen gedroppt? Ich check das nicht. Das ist ja nicht normal. Ah. Manchmal begreife ich Isaac einfach nicht. Auch nach 2000 Spielstunden. Irgendetwas übersehe ich wieder, was ganz logisch ist. So. Let's go. Was haben wir denn hier für einen Spaß? Holy Light. Dankeschön. Bis aufräumen. So. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Ähm. Wir legen mal hier eine Bombe rein. Ah. Da ist noch ein Herzchen. Wunderbar. Könnten dann spielen. Super. Super. Und das tun wir auch. 35 Münzen. Sehr schön. Steam Steel wäre ganz angenehm. So. Erstmal dran spielen. Bitte flieg nicht in die Luft und gib mir vielleicht zwei Dimes oder so ein Shit, Mann. Ganz wirklich gierig. Du hast mich gerade verwöhnt. So. Okay. Okay. Okay, 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 okay. Wir haben nicht viele Herzchen, aber das wird sicherlich schon irgendwie passen. Puh. Da unten ist noch ein Herzchen. Das könnten wir auch mitnehmen. Das könnten wir auch mitnehmen. Das dauert so lange, bis wir irgendwo ankommen. Sind wir schon da? Sind wir jetzt schon da? Jetzt? Ah, wir sind da. Okay. Was war das nochmal? Der Bummerang. Genau. Wooden Nickel haben wir hier. Ein bisschen Money machen. Cool. War aber eher ein Verlust. Okay, rerollen. Was haben wir hier noch? Mom's Key? Uh. Der Inhalt in Boxen wird jetzt auf jeden Fall sehr cool. Und der Sackkopf. Okay. Okay, something hier. Pass auf, wir nehmen das mit und nehmen die Batterie mit. Vielleicht kriegen wir noch hier irgendetwas. Nichts kriegen wir. The Devil und so haben wir. Okay. Ich denke, dass wir auf jeden Fall nicht mehr genug Geld haben werden, um noch einmal zu rerollen. Aber ich versuche jetzt mal, mein Leben zu opfern. Mann, hier sind auch keine Herzchen mehr auf dieser Ebene. Okay. Wisst ihr, was ich bei Tast? Ich teste, ob Cursed Eye funktioniert. Nee, wir werden nicht geportet. Okay, sehr schön. Ja, das war's dann auch. Okay, dich spreng ich jetzt mal. Boom. Noch ein blaues Herzchen. Wunderbar. Okay. Diese Ebene war gut, Mann. Der Shop war auf jeden Fall ziemlich nice. Weiter geht's, nicht wahr? Weiter geht's. Jetzt nur ein bisschen lacker. Komm schon. So. Depth 1. Wir haben eine Bombe. Das ist sehr schön. Diese Typen, die aufplatzen. Immer sehr gruselig. Kann man schwer einschätzen. Und was kriegen wir? Wieder ein paar Pillen. Oh, die kenne ich, glaube ich, noch nicht. Range up. Naja, gut. Vielleicht hat das ja doch einen Einfluss. Fliegt's schneller? Ich weiß nicht. Health up. Wie soll ich das sagen? Ich hab genug health up. Wir warten jetzt erst mal. Denn ich will auch noch in die Kampfräume rein und so. So. Wir könnten auch gleich noch ein bisschen Geld donaten für luck up. Vielleicht wird das ja auch noch. Wobei, wir haben gar nicht mal so viel Geld. Aber dank unserer Tränen werden manchmal die Gegner versteinert oder vergoldet. Und das Trinket, war das jetzt das hier? Das Kackhäufchen? Fatum? Oh, das ist das, was Kackhäufchen in die Luft jagt. Okay, nehmen wir einfach mal mit. Oh, wow. Okay, nehmen wir einfach mal mit. Das auch? Ja, das ist ein Kackhäufchen, ne? Yes, da ist das luck up. Und Geld ohne Ende. Cool. Äh, nicht so cool. Scheißen wir drauf. Okay. Ganz gemütlich weiter. Eigentlich müssten ja auch die Kackhäufchen Gegner in die Luft fliegen, nicht wahr? Weil es ja auch Kackhäufchen sind. Nur so nebenbei erwähnt. Und Restock haben wir hier. Eieieieiei. Okay, wir kaufen's. Wir kaufen den Spaß. Und rerollen den Spaß hier. Planzeh uns und scheiß. Nochmal rerollen. Das ist nicht gut, was wir hier haben. Placebo. Trinkets. Nein, ist immer noch nicht gut. Placebo wäre vielleicht ganz nett, wenn wir da eine gute Pille bekommen. Und ich glaube, das Buch werde ich eh nicht mehr so oft einsetzen. Let's go mal. Wir machen so einen Pillenrun. Und was ist das für eine Pille? Hatten wir die schon? Das ist I'm Drowsy. Okay. Egal, egal. I'm Drowsy ist eine gute Pille. Komm, machen wir mal so einen Pillenrun. Einfach, weil wir schon lange keinen Pillenrun mehr hatten. Nicht wahr? Das Buch, das werde ich eh nicht so oft einsetzen. So, hoffentlich kriegen wir hier noch einen Arcade Room oder eine Maschine zum Blutspenden. Das wäre super. Dann könnten wir wieder ordentlich was einkaufen. So. Restock. Jetzt noch zweimal Steam Sale und Chaos finden. Und auf geht der Spaß. Oder so. Oh Gott. Meine Tränen, die fliegt so langsam. Puh. I'm Drowsy. Sollte ich mal einsetzen eigentlich? Zack, dann sind die verlangsamt. Hat eigentlich keine Nachteile oder so ein Shit. Oh yes. Unendlich Schlüssel. Na gut, na gut, na gut. Auch ganz nett. Joker-Karte. Hallo. Wie geht's dir? So. Ähm, wo ist hier noch einer? Irgendwo ist hier noch einer am Leben. Und, ist hier ein Unsichtbarer? Hier ist bestimmt ein Unsichtbarer, oder? Fuck, wo ist der? Ha, was lebt denn hier? Ach, da oben. Hi, wie geht's dir? So. Batterien und Ende auf jeden Fall. Aber es wäre gut, wenn wir jetzt... Wheel of Fortune. Okay, das könnte man in die Luft sprengen. Mit einer Bombe, die wir nicht haben. Richtig, richtig, richtig. So, da können wir schön die Gegner in die Luft jagen. Perfekt. Ich habe mit dem Trinket auch noch gar nicht wirklich so gespielt. Weil ich immer dachte mir, nee, ich würde mich selbst sprengen. Aber ich sollte mal mehr an mich glauben, ne? That's 1. Let's go. Wir können den Boss machen. 72 Prozent. Wir haben die Joker-Karte noch für den Notfall. Also kommen wir nicht so blöd, ja? Kommen wir nicht blöd. Ich würde so oder so den Deal bekommen. Ach Gott. Na? Sehr schön. Okay, Fruitcake ist doch ganz nett. Hat auf jeden Fall geholfen, so ein paar Mal. Macht leider keinen Tiershop, aber dafür ein bisschen Leben. Und hier haben wir jetzt diesen lustigen Stuff. Ich nehme dich mit und ich nehme Duality mit für einen Angel-Deal vielleicht. Dich nehme ich nicht mit. Der ist komisch. Der verwandelt sich manchmal in Bobs Brain und tötet mich. Darauf stehe ich nicht. Gut, 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 gut. Job haben wir. Das haben wir. Ja, dann heißt es jetzt einfach nur hoffen, dass wir hier noch ein bisschen Stuff bekommen. Und auf der nächsten Ebene kein Greed oder so ein Scheiß. Darauf müssen wir auch hoffen. So. Okay, nach links. Wir haben echt Bullshit-Pillen, ne? Immer wenn ich die Möglichkeit habe, coole Pillen zu bekommen, haben wir Bullshit-Pillen. Oder ich habe noch einige nicht entdeckt. Kann auch sein. Oh, stellt euch mal vor, wir kriegen jetzt eine Lacker-Pille. Oh mein Gott. Mit Placebo. Oh mein Gott. Das wäre so gut. So. Holy shit, warum sind die so krass schnell? Beruhigt euch mal. Beruhigt euch mal. Hummeln im Hintern haben die, nicht wahr? Ne, eigentlich Ludovico im Hintern. Nochmal unendlich Schlüssel. Okay. Unendlich Money wäre jetzt ganz gut. Der Dollar-Bill. Wann sieht man den überhaupt mal? Das mache ich. Scheiß drauf. Hoffentlich will ich Leben verliere. Lille Leben. Gut, der Inhalt ist ganz nett. Lackabmünze. Hat sich schon gelohnt, Mann. Und ein bisschen Money. Hermit haben wir hier. Joker. Habe ich ja bekommen, ne? Genau, habe ich bekommen. Also nehmen wir Joker und einen Drowsy mit. Okay. Und weiter geht's. Und ich habe, außer sehen, die Karte hier nicht mitgenommen. Joker. So. Das war nicht unnötig Leben verlieren. Nein. Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Und jetzt habe ich ein Herzchen mitgenommen. Wenn wir gleich einen Kampfraum haben, komme ich nicht rein. Außer diesen hier halt. So. Diese Säcke, ne? Weiß nicht, was ich davon halten soll. Es hätte auch sein können, dass diese Säcke zu einem Daim, eigentlich ein Daim gewesen wären. Oder sowas. Ne? Kann ja auch sein. So. Junge, ist das voll schwer, dieses Ding zu kontrollieren. Man macht manchmal einfach komische Sachen. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Äh, wir haben eine Bombe. Wir könnten auf jeden Fall diesen Tisch dort sprengen. Wir hatten doch einen Tisch, oder? Oder hatten wir den schon gesprengt? Ich glaube, den hatten wir schon gesprengt, ne? Ja, ja, das war hier, glaube ich. Egal. Man sieht ihn nicht auf der Map, also ist er weg. Aber wir könnten gleich das andere Ding sprengen. Um vielleicht noch ein bisschen Geld zu bekommen. Gott. Ich fühle mich so geldgeil in diesem Run. Ähm. Geld für Pillen und so ein Shit, ne? Meine Güte. Okay. Äh. Wo war der? Der war hier. Hier im großen Raum haben wir ihn gespawnt, den Automaten. Richtig. Und hier können wir auch einmal reinsprengen. In der Hoffnung, etwas zu bekommen. Hey, eine Karte. Wow. Okay. Two of Diamonds. Huge Grow. Boom. Plus 10 Damage. So sieht's aus, Mann. Ich kill euch jetzt sowas von. Na, du auch. Nochmal Huge Grow. Holy Shit. Okay, Joker-Karte haben wir hier. The Moon. Okay, wo ist der Geheimraum? Haben wir den schon gefunden? Leider nicht. Okay, okay, okay. Ah, schade. Kein Steam Cell. Ace of Spades und Ace of Spades. Ich hab genug Schlüssel. Ganz ehrlich. Ich hab genug Schlüssel. Glaub mir. Ich hab da kein Problem mit Schlüsseln. So. Folgendes. Ähm. Ace of Spades will ich nicht mitnehmen. Ich will meine Joker-Karte wiederhaben. Huge Grow. Ich glaub, ich nehm Huge Grow mit. Ich glaube, einen Grow, sie werd ich jetzt nicht so oft einsetzen. So. Und Huge Grow können wir für irgendeinen krassen Boss einsetzen. Jetzt ist die Frage natürlich, kauf ich mir jetzt was? Nicht, dass dann nach dem Kauf hier etwas Tolles passiert. Oder ich kauf ein paar Pillen hier auf dieser Ebene. Hä? Vielleicht ein paar Pillen kaufen? Ich re-roll einmal zu einer anderen Pille, damit ich mein Geld nicht verschwende für eine M-Growzy-Pille. Piggy Bank. Okay. Hier ist ne Pille. Die hatten wir aber, glaub ich, auch schon. Okay, jetzt haben wir hier keine Pille mehr. Egal. Hat sich gelohnt. Ist mir egal. Äh. Nächste Ebene. Nächste Ebene wird gut. Wir sparen unser Geld und dann wird alles gut. Glaub mir. So. Komm her, Kollege. Ähm. Ja, weiter geht's, man. Wo sind die Speed-Up-Pillen? Die Luck-Up-Pillen? Die Tiersch-Up-Pillen? Ne Ranger-Pille haben wir noch hier. Aber ich glaube, wir haben schon alle Pillen und die Guten sind nicht da. Ich glaube, die Guten sind nicht da. Sie sind von uns gegangen. Let's go. Gut, ich hab jetzt Placebo dabei und keine Pille. Hm. Vielleicht kriegen wir gleich noch eine. Vielleicht kriegen wir gleich noch irgendwie eine. Short-Speed-Up-Pillen gibt es ja nicht, ne? So lange keine Pillen mehr eingesetzt. Ich weiß gar nicht mehr, was es für Pillen gibt. Reicht das? Ja. Oh. Oh. Infested. Hm. Ist es die Infested, die einfach spinn-spawnt oder aus Kackhäufchen spinn-spawnt? Müssen wir gleich mal testen. Ob aus Kackhäufchen spinn werden. So, was haben wir hier? Something's wrong. Ja, super. Zack. Auf Wiedersehen. Ähm. Wir könnten das jetzt mal kurz einsetzen. Infested. Okay. Ich glaube, das ist tatsächlich das Ding, das... Ähm. Aus Kackhäufchen oder nein? Das sind zu viele spinnen, die gerade spammen. Spawn. Na, werden wir gleich sehen. Wir brauchen nur ein paar Kackhäufchen. Na, außer diese hier. Ich glaube, die funktionieren nicht. Ich glaube, die gehen nicht. Außer es kommen rote Spinnen raus. Stell dir mal vor, man könnte rote Spinnen spawnen. Das wäre cool. Ja, auf Wiedersehen. So. Mal kaputt machen hier. Ein Lack von zwei haben wir. Die sprengen wir. Auf Wiedersehen. Yes. Money, 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 money. Hermit haben wir hier. Oh, ich will Hermit nicht einsetzen. Ich will nicht enttäuscht werden, Mann. Ich weiß doch jetzt schon, dass wir dort, ähm, Mr. Ult, äh, Supergreed haben werden. Der den ganzen Spaß ruiniert. Ich weiß es doch jetzt schon. Mach mir nichts vor, Mann. Mach mir nichts vor. Huge grow schon wieder. Jetzt hör doch mal auf. Wieso kriegen wir die Karte so oft? Irgendwas ist hier ganz buggy. Und wir kommen nicht in den Kampfraum rein. Außer da ist der Geheimraum und so ein Shit, weißt du? Ah, müssen wir gleich mal gucken, wie wir's machen. Okay. Autsch, autsch, autsch. Da ist wieder Firemind. Oder das war diesmal Ipecac. Seht ihr das, meine ich, Mann? Deswegen nehme ich Fruitcake nicht gerne mit. Man denkt sich so, wow, man hat sehr viele verschiedene, ähm, Tränen. Toll, 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 aber nein. Die Schattenseiten, die müsst ihr auch beachten. Okay, hier können wir jetzt nicht rein, weil da ist schon Mom. Nicht zu schnell handeln, Hand oder Gehirn. Ich weiß nicht, wer gerade denkt. Ja, wir springen wir auch für ein bisschen Money. Boom. Okay. Okay, okay, okay. Kackäufchen haben wir hier keine gesehen, nicht wahr? Hier ist der Geheimraum. Okay, sehr schön. Das heißt aber, wir kommen nicht in den Kampfraum rein, außer wir haben hier noch irgendwo eine Arcade-Room oder sowas. Die springen wir auch für eine kleine erhöhte Chance auf einen Deal. Und ein bisschen, ein paar kleine Süßigkeiten. Gut, gut, gut. Bis dann. Hm, nehme ich mir mit für die nächste Ebene. Eine Bomb-Ebene würde ich ganz schnell clearen, Mann. Da setze ich, glaube ich, direkt Zahn ein. Boom. Weg bin ich. Auf Wiedersehen. Adios, Amigos. Ähm, hier könnten noch Two of Diamonds-Karten drin sein. Stimmt ja, ich brauche gar nicht warten wegen meinem Item, mit dem ich jetzt schneller Bomben legen kann. Sehr schön. Was haben wir hier? Hi, Priests. Bye. So, der Sun haben wir und Joker. Okay, 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 okay. Und? Schade. So, hoffen wir mal, dass wir unser Herz jetzt irgendwie loswerden können. Müssen unser Herz irgendwie loswerden. Die Frage ist nur, wie... Zack, zack, zack. Flups. Dankeschön. Sehr gut. Oh, da hatten wir gerade dieses Klingpaar. Dieses Klick. Oh, okay. Wir könnten... Nein, ich verwandle meine Karten nicht in Pillen. Das wäre jetzt dumm. Das wäre dumm. Nein, tue ich nicht. Schon wieder eine Reroll-Maschine. Verdammt, man. Irgendwie erscheint mir dieser Run ziemlich verbuggt. Ich habe echt das Gefühl, dass der Run verbuggt ist oder sowas. Ähm... Ja, holen wir uns mal das hier. Was, wenn ich gleich Steam Sale bekomme? Ich... Ich kaufe das hier. Guck mal, Steam Sale. Wir brauchen Steam Sale jetzt. Wir müssen Steam Sale rerollen, weil dann können wir es duplizieren und haben dann alles umsonst. Wir brauchen einen Steam Sale. Komm schon. Wo ist der Steam Sale? Kein Steam Sale. Steam Sale wird so abgefahren. Komm schon. Kompass ist sehr verlockend, aber nein. Kein Steam Sale. Komm schon. Jetzt. Jetzt. Wie viel hält denn das Ding aus? Das ist ja unfassbar. Okay, warte mal. Ähm... More Options bringt uns eh nichts mehr. Ich war gerade gierig. Ich war gierig. Weg damit. Jetzt. Okay. Das ist natürlich Bullshit. Aber wir könnten den Staff noch irgendwie uns erkaufen, ne? Wir könnten uns den Staff noch irgendwie erkaufen, wenn wir jetzt gleich irgendwie ein Wunder erleben. Scheiße, Mann. Okay, die Blopia. Was stelle ich mit dir an? Autsch. Da ist wieder was in die Luft geflogen. Oder bin ich in die Fliege reingerannt? Ich glaube, ich bin in die Fliege reingerannt. Ah, wegen meinem Trinket, weil es explodiert. Fuck, Mann. Okay, das legen wir mal ab, dieses dämliche Trinket, weil ich werde mich selbst umbringen damit. Da bin ich mir ziemlich sicher. Die Blopia. Da unten sind noch Kampfräume. Let's go. Let's go. Das hier war Something's Wrong. Okay. Puh, lass uns die Räume klieren. Drei Stück haben wir noch. Da könnte jetzt etwas Lustiges drin sein. Arcade Room vielleicht? Okay, ein super Geheimraum. Also ein super Raum. Ich nenne sie Superräume. Wieso, weil sie manchmal super sind? Aber nicht immer. Okay, da könnte Geld drin sein. Und? Wie sieht's aus? Nen Sack. Ha. Ja. Schön. Nen Sack. Schön, 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 schön. Vielleicht ist hier im Feuern auch irgendwie Geld drin. Oh, Mann. So viele Möglichkeiten haben wir, aber die werden uns nicht gegeben. Oh, Mann. Geheimraum hatten wir schon. In den Kampfraum kommen wir nicht rein. Wir haben hier keine Karten, die vielleicht irgendwie in der Maschine ploppen, oder? Das ist the full chariot. Scheiße, scheiße, scheiße. Ja, dann nehmen wir halt die Klopia mit, weil ich nicht glaube, dass wir jetzt gute Pillen haben, was? Dann ändern wir unseren Plan jetzt nochmal. Was ist das hier? Nochmal eine Joker-Karte. Ja, dann können wir es ja einsetzen hier und können sicher gehen, dass wir einen Deal bekommen. Ja, super. Das ist ja toll. Ich nehme aber dich mit. Vielleicht kriegen wir die Conjoint-Transformation. Ich weiß nicht, ob Little Steve dazu gehört. Little Steven. Ähm, okay, okay, okay. Nehmen wir das hier mit und was ist das hier? Nochmal Joker-Karte. Das ist ja witzig. Zwei Joker-Karten. Oh, das ist schon. Ich nehme Joker mit. Einfach für Items, 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 Items. Let's go. Haben wir zwei Joker-Karten. Let's go. Dann machen wir den Boss fertig. Haben jetzt nochmal unsere Taktik geändert. Ich kann mich auch heute nicht entscheiden, nicht wahr? Welche Taktik heute zu meinem Aussehen passt. Ich kann mich tatsächlich nicht entscheiden. So. Okay, okay, okay. Äh. Und. Rein hier. Genau, lass mal campen. Let's do this shit. Ja. Oh Gott. So, diese Kugel muss ich schön. Das gibt's doch nicht, Mann. Wir haben keinen Double Deal. Okay, gut, weiter geht's auf die nächste Ebene. Hier kriegen wir hundertprozentig ein. Uh, Ludovico Run. Hey, Fruitcake. Und Low Speed und alles. Und wir haben die Map auf jeden Fall. Das ist doch ganz gut. Wir brauchen die Shun eigentlich gar nicht. Oh, der Raum unten rechts. Warte mal, das ist ein Loop. Der Boss könnte sogar da unten sein. Der Boss könnte sogar dort unten sein. Das sollten wir auschecken. Ja, jetzt kriegen wir ganz schön viel Geld. Ja, ja. Tu mich auch, Spiel. Tu mich auch. So, dieser Raum da unten. Der kleine, der könnte ein besonderer Raum sein. Lass uns das testen. So, jetzt kriegen wir Geld wieder. Oder Säcke. Sucht euch was aus. Und rein da. Oder haben wir vielleicht im Miniraum einen Boss? Das kann auch sein. Es ist nicht der Boss. Okay, das ist schon mal, das macht Hoffnung. Dass da gleich irgendwie, dass wir rerollen können. Das wäre super. Und dann werde ich, glaube ich, da Diplopia einsetzen. Weil dann haben wir vier Items, die wir rerollen können. Wobei, nee. Meistens sind die Räume immer, wenn sie nach unten gucken, ne? Kleine Räume, die nach unten gucken, sind meistens solche Reroll-Räume. Ja, ja, ja. Schade. Schade, 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 schade. Hätte ja sein können. Okay, und der Boss ist auch nicht hier. Das heißt, der Boss ist auf der Le... Oder oben? Warte mal. Eins, zwei, drei, vier... Okay, der Boss ist irgendwo oben. Eindeutig, ich habe Damage bekommen. Upsi. Ich habe ein rotes Herzchen noch, ne? Ja, genau, das sollte ich mir merken. Na komm, vielleicht haben wir hier doch noch eine Pille, die cool ist. Oh Gott, wenn das jetzt eine Lackerpille ist, ne? War nicht. Oop. Herx. Okay. Gut, 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 gut. Gut, 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 gut. Ich wäre sonst ziemlich angepisst, wenn ich meine Placebo nicht mitnehme und wir eine Lackerpille bekommen. Nur so nebenbei erwähnt. Oh, scheiße, Mann. Ich verliere ziemlich viel Leben hier gerade. Das ist nicht gut. Ich bräuchte jetzt irgendein Space Item, das mir Leben gibt, ganz ehrlich. Hey, wir kriegen Bomben. Sehr schön. Auf Wiedersehen. Flieg, kleine Kugel, flieg. Ich fühle mich immer wie eine kleine Wahrsagerin. Eine Damage-Wahrsagerin. Eine Attack-Wahrsagerin. Okay. Holy shit. Das ist schon ziemlich cool mit Loki, muss ich sagen. Das ist schon ziemlich cool. Muss ich sagen. Muss ich zugeben. Sehr schön. Das war alles. Wir kriegen noch eine Bombe dazu. Okay. Okay, 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 okay. Ja, mit dem Schlüssel. Bombsack hier einsetzen? Ich glaube nicht. Nee, ich will lieber mehr Schlüssel haben. Falls wir gleich irgendwie doch irgendwie Gaffes Tail bekommen oder so ein Shit oder Jera oder was weiß ich. Weil ich werde ja dann wahrscheinlich die Kisten duplizieren, wenn mir jetzt nichts anderes einfällt. Dann werden wir die Kisten duplizieren. Hier ist nicht der Boss. Oh mein Gott. Also bekämpfen wir doch Fred. Irgendwo unten. Egal. Hauptsache wir haben jetzt diesen Stuff hier. Nicht wahr? Hier, guck mal. Und da ist was Tolles drin. Es hat sich gelohnt. Sehr schön. Zack, zack. Tja, und ich habe wieder Leben verloren und ich weiß nicht, wie viel ich habe. Es macht mir etwas Angst. Aber auch nur etwas. Gut. Das heißt, der Boss ist unten links. Naja, hätte ich mir auch denken können. Scheiße. Gut, weiter geht's, Mann. Blaue Steine bräuchte ich jetzt vielleicht ein paar. Ein paar sehr viele. Ein paar ganz viele blaue Steine. Ich habe Angst, ich habe Angst. Fliege nicht in die Luft. Fliege nicht in die Luft und gib mir vielleicht ein paar blaue Herzchen oder sowas. Das hätte ein blaues Herzchen sein können, aber er war wahrscheinlich jetzt ein Sack. Okay, blaues Herzchen hier irgendwo. Ich habe ein bisschen Angst. Das hier, der Fu. Suicide King. Oh mein Gott, nimm das weg. Joker-Karten zwei Stück. Ich will noch nicht aufgeben. Run. Oh mein Gott. Wir haben Gappies Tail mitgenommen anscheinend. Anscheinend haben wir Gappies Tail mitgenommen. Es reicht, Gappies Tail einfach nur anzugucken. Dann hast du Gappies Tail und kriegst nur noch Kisten. Puh, das nervt aber. Das nervt, Mann. Da hätten jetzt blaue Herzchen drin sein können, die uns den Run retten. Scheiße, komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Okay. Ich will den Streak nicht verlieren. Ich will nicht. Ich will einfach. Oh Gott, was ist da explodiert, Mann? So. Ich möchte einfach nicht. Blaue Stein hier nicht irgendwo. Ich werde aber, wenn es so weitergeht. Sehr gut. Okay, eine Kiste. Was ist das für eine? Ein paar Säcke. Mit blauen Herzchen vielleicht. Unendlich Schlüssel wieder. Ist das nett. Das Säcke möchte ich mich ja nicht beschweren, nicht wahr? Gut, 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 gut. Okay, let's go. Ja, wir müssen da Fred. Schönen Abstand halten. Das ist der perfekte Boss für den Ludovico. Und vielleicht vergiften wir ihn für ein schwarzes Herzchen. Das wäre auch super. Er ist vergiftet. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ein bisschen Geld kriegen wir auch raus. Aber dann wird es super, so ganz nebenbei. Oh, Krampus ist ja auch noch da, ne? Krampus müssen wir auch noch bekämpfen. Uh, das wird ein Spaß. Das wird ein Spaß für jedermann. Fruitcake, Mann. Okay, wir haben hier keinen Deal, aber wir wissen ja, was wir für eine Fähigkeit haben. Die Joker-Fähigkeit. Wir haben noch einen Asch im Ärmel. Und wir haben Bullshit hier im Devil-Deal im Ärmel. Fuck, Mann. Wo sind die guten Items? Wo sind die? Okay, auf geht's in die nächste Ebene. Dort haben wir dann einen hundertprozentigen Chance, äh, hundertprozentige Chance auf einen Deal. Nicht wahr? Ah, richtig, richtig, richtig. Kass auf der anderen. Wir wissen immer noch nicht, wie viel Leben ich habe. Na, super. Das beruhigt mich da sehr. Balls of Steel? Hatte ich dich schon? Bumms Aki. Können wir eigentlich machen. So, 17 Schlüssel reichen vollkommen aus. Und wir haben jetzt schön ein paar Bomben, mit denen wir arbeiten können. Balls of Steel vielleicht? Die habe ich auch ganz schön vergessen. Das ist Perks. Auch ganz nett eigentlich. Könnt uns den Arsch retten, wenn wir gleich gegen Itlifts kämpfen. Dann kriegen wir nur ein halbes Herzchen Schaden. Oder gegen Campus. Ich weiß es nicht, Mann. Ich weiß es nicht. Herr damit, die dämlichen Säcke hier. In den Kampfraum kommen wir nicht mehr rein. Stimmt ja, weil ich jetzt zwei Herzchen habe. Oh, Mist. Das war jetzt natürlich ein Schuss in den Ofen. So, da können wir jetzt nicht rein. Das ist verboten. Außer, wir können uns reinspringen. So. Wobei, auf diesen Ebenen kann man sich ja gar nicht mehr reinspringen, glaube ich nicht, wahr? So, keine. Hier sind vielleicht Herzchen drin. Sollten wir auf jeden Fall testen. Schade. Da war noch ein Kackhäufchen. Egal, hier ist ein blauer Stein. Wahrscheinlich mit einer goldenen Kiste. Das gibt es nicht. Was ist denn hier los? Was habe ich denn gemacht, dass ich jetzt so bestraft werde? Was habe ich gemacht? Das habe ich nicht verdient. Das habe ich nicht... Wieso ist der hier so hell? Der sieht voll merkwürdig aus. Okay, ich dachte schon, dass man die Steine erkennen kann, wo ein Schwarzmarkt drunter ist. Der sah nämlich irgendwie fehl am Platz aus. Okay, okay, okay. Meine Träne ist weg. Das habe ich natürlich erst mal später bemerkt. Uh, sehr gefährlich, wenn die Träne plötzlich weg ist, weil sie in die Luft fliegt. Gott, wo bin ich hier, Mann? Wo bin ich hier? Was tue ich hier? Mhm. An dir würde ich auch spielen. Tschüss. Ein kleiner Nickel. Ist das Dickey? Nein. Okay. Dann lass mal an diesen Typen hier spielen, in der Hoffnung vielleicht noch etwas Cooles zu bekommen. Vielleicht den Kompass tatsächlich. Immer noch. Wahrscheinlich gibt er uns jetzt den Steam Sale. Den werde ich einfach diplopieren, auch wenn es mir nichts bringt. Ein HP Upgrade. Nehme ich mit. Nehme ich mit. Nehme ich mit. Wir können sogar in den Zaki-Zaki-Raum rein. Sehr schön. Flups. Bam. Okay. Vielleicht noch eine Joker. Gott, ich will nur auf, die ganze Zeit in die Luft zu fliegen. Ist ein Problem, Mann. Ace of Diamonds. Knop, knop, knop. Dann nehme ich Perks mit und Joker. Let's go. So, der Boss ist dort unten links. Alles klar. Alles klar. Kein Problem. Einfach nur mit Ruhe und Gemütlichkeit die Scheiße hier über Bord werfen. So. Nicht über Bord werfen. Ich meinte an Bord bleiben und überleben. So. Abstand halten von unserem Ding. Nicht, dass es wieder in die Luft fliegt. Okay. Du droppst nichts leider. Weiter, 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 weiter. Und tschüss. Sehr gut. Das war gut geklirrt, Mann. Da muss ich dich loben. Weiter, 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 weiter. Kommst du. Oh, scheiße. Ist das ein Bullshit-Raum. Das war ein richtiger Bullshit-Raum, Mann. Da war aber an Bullshit-Igay gar nichts zu übertrumpfen. Oh ja. Daran muss ich spielen. Gib mir blaue Herzchen. Gib. Gib bitte. Gib ganz viel, bitte. Ganz viele blaue Herzchen. Das nehme ich auch einfach mal mit. Scheiß drauf. The World. Hätte ich mitnehmen können eigentlich für die nächste Ebene. Scheiß drauf. Tour of Diamonds. Jo, setzen wir ein. Dann können wir schön lange dran spielen. Okay. Komm schon. Rette mich. Gib mir blaue Herzchen. Wie du es sonst immer getan hast. Komm schon. Das sind die Lucky Numbers. Okay. Gut. Gut zu wissen. Da kann ich ja gleich Lotto spielen. Haha. Okay. Okay. Yes. Ace of Diamonds. No, brauche ich nicht. Weiter, 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 weiter. Na, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Verdammte Scheiße. Ach. Wir werden uns den ganzen Bullshit jetzt droppt. Okay, okay, okay. Mhm. Dann flieg wenigstens in die Luft, Mann. Flieg wenigstens in die Luft. Ganz ehrlich. Wenn du schon so ein Arsch bist und jetzt einfach nur mein Geld schlucken willst. Dann flieg wenigstens. Ah, geht doch. Ja, jetzt hast du ein schlechtes Gewissen, was? Jetzt, wo du so einen kleinen Holly traurig gemacht hast. So, immer in einem Blausherzchen bin ich zufrieden. Okay, zwei Stück. Na gut, danke schön. Sehr großzügig von dir. Ich will viel mehr. Ich will viel mehr. Mhm, Lack ab. Ja, schön. Vielleicht nehme ich den sogar mit. Warum nicht? Ups, haben wir drei Lack. Okay, 36 Münzen. Na, gibst du jetzt gleich auf? I feel asleep. Ja, ich fall gleich asleep, Mann. So. Schön. Wir sind wieder im Rennen, Mann. Wir sind wieder im Rennen. Das ist sehr gut. Was haben wir hier? Ace of Clubs. I don't need that shit. Hier ist noch ein Blausherzchen. Na, vielleicht noch ein anderes cooles Trinket oder so. Na, komm schon. Gott, der frisst aber echt sehr viel, Mann. Der hat keinen Bock, in die Luft zu fliegen. Krass. Respekt an dieser Stelle. Ein Popeltränen. Hm, könnte man sich überlegen. Gott. Habt ihr es gesehen? Irgendwie ist Lack ab doch nicht so gut, weißt du? Weil sonst fliegen zu oft diese Lokis Horns und das könnte zu oft, ähm, das könnte zu oft Bullshit sein. Der uns dann in die Luft jagt und so ein Shit. Okay, gleich hast du mein ganzes Geld gefressen. Ich hoffe, du bist glücklich. Ich hoffe, du bist mehr als glücklich. Und, natürlich. Die zwei lässt du mir jetzt noch übrig, ja? Okay, wir kriegen gleich sogar noch die Möglichkeit, in den Angel Deal reinzugehen, ne? Haben wir hier noch eine harte Drop bekommen? Nein, ne? Okay, gehen wir mal weiter. Wir kriegen jetzt die Möglichkeit, sogar noch in den Angel Deal reinzugehen. Scheiße, jetzt habe ich Entscheidungen. Gehe ich Angel Deal oder Devil Deal? Ich glaube sogar Devil Deal. Ganz ehrlich. Ah, nicht noch einer. Auf Wiedersehen. Nicht noch einer. Lack ab. Oh Gott. The World. Oh yeah. Okay, let's go. Let's go, let's go. Oh, beziehungsweise ich glaube, ich gehe hier in den Devil und dann in den Angel und dann in den Devil Deal auf der nächsten Ebene. Ja, genau. Genau, so machen wir das. Go, 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 go. Ach, hör auf in die Luft zu fliegen, du Drecksack. Das gibt's doch nicht. So schön im Schatten stehen, um ganz viel Damage zu machen. Da ist er wieder in die Luft geflogen. Okay, wunderbar. Und wir gehen erstmal in den Angel Deal, richtig. Und was haben wir hier? Pure Enttäuschung. Gut. Ich glaube, ich nehme dann das hier mit, damit ich wenigstens reflektiv bin. Man kann so ein bisschen, ist ganz cool eigentlich. Und jetzt gehen wir hier rein. Und porten uns direkt in den Devil Deal, weil... Das habe ich jetzt so entschieden, weil wir mit der Joker-Karte eh nur einen Devil Deal erreichen können, glaube ich. Ja, so ist es ja. Genau, und hier haben wir das Zeug. Okay, 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 okay. Da nehme ich auf jeden Fall beides mit, damit wir auch den Polaroid-Effekt bekommen. Sehr schön. Und wir haben Curse of the Lost. Und World-Karte bringt nichts. Das ist ja eine Überraschung, dass wir Curse of the Lost bekommen. Das ist ja eine richtig üble Überraschung, mit der ich gar nicht gerechnet habe. Ja, Steam-Cell nutzt nichts mehr hier zu duplizieren und so ein Shit. Okay, weiter geht's. Das ist locker. Ups. So, okay. Immerhin können wir jetzt in der Chest die Kisten duplizieren mit Diploria. Das ist cool. Das ist richtig cool. Sag ich euch. So, wie wir uns hier durchboxen mit diesen dämlichen Ludovico und Fruitcake und was weiß ich. Oh Gott. Können eigentlich Münzen, die aus mir rausgeschossen kommen, durch ihn zu Lackert-Münzen werden? I don't know, man. Alles Fragen über Fragen, die ich habe. Ancient Recall, der gibt uns Karten. Haben wir noch eine Joker? Also Spades, Hyprists und Tower. Wir nehmen Hyprists mit. Damit können wir auch, Isaac, gut wehtun. Ist das eine Sackgasse? Es ist keine Sackgasse. Zum Glück, Mann. Irgendwann muss ich doch mal das Glück haben und automatisch den richtigen Weg gehen, oder? Komm schon. Irgendwann muss ich doch mal Glück haben in diesem Spiel. Was ist das? Infested? Infested, meine ich natürlich. Da ist ein Ausrufezeichen. Richtig. So. Okay, mit dem Sackdagger kann man auch sehr gut arbeiten. Vorzüglich, vorzüglich, vorzüglich. Sokobus, danke dir. Und, ist hier der Boss? Hier ist... Ach. Das gibt's doch nicht. Wahrscheinlich ist das eine riesengroße Sackgasse, die ich hier gerade suche. Oh, Black Rune. Ja, die nehme ich mit. Da kann ich schön einsaugen, wenn irgendwas kacke ist. Das ist gut, ja. Damit kann ich arbeiten. Holy shit. Okay, luck up. Haben wir jetzt ganz schön viel bekommen, ha? Ja, nicht, dass mich das stören würde. Nein, nein, nein. Ich freue mich für dich. Ich freue mich, du kleiner Glückspilz. Und, das ist eine riesengroße Sackgasse, die wir hier haben. Schön. Schön. Oder ging es hier vielleicht hoch? Doch. Haltet mal hinein. Hier. Zum Boss. Kann das sein? Aber das macht ja keinen Sinn. Da müsst ihr jetzt eigentlich... Nein, hier. Ist das ein Loop? Wir werden gleich wieder am Anfang sein, glaube ich. Wir werden gleich wieder am Anfang sein. Oder auch nicht? Ne, nach rechts kann es auch nicht gehen, weil da ist ja... Ne, nach rechts kann der Boss nicht sein, oder? Ich gehe mal nach oben erstmal. Oh, zum heiligen Kuckuck bin ich. Bims ich. So, Emperor? Strength. Emperor-Karte würde ich jetzt direkt einsetzen, Mann. Scheiß drauf. Scheiß auf the World, Emperor-Karte. Okay, hier ist ein Zacki-Zacki-Raum. Hm. Ich glaube, ich mache es. Ich glaube, ich gehe rein. Ich glaube, ich gehe rein, Mann. Oh, das ist interessant. Das ist interessant jetzt. Das ist sehr interessant. Sehr schön. Damit können wir jetzt einige Sachen direkt hornhitten, ha? Cool. Ne, wir kommen doch jetzt direkt wieder zur Sackgasse, die ich entdeckt habe. Nein, hier ist der Boss. Hä? Wie ist der denn versteckt? Kann mir das jemand malen? Das Overlay von dieser Ebene? Wie das aussah? Irgendwie sehr merkwürdig. Ich habe das Gefühl, ich bin zweimal den gleichen Weg gegangen und dann... Ich war da plötzlich der Boss. So, Black Rune haben wir hier nochmal. Was haben wir hier? Blank Rune. Perfro. Okay. Wir nehmen doch Perfro mit. Beziehungsweise ich verzichte auf... Ich nehme Blank Rune und Black Rune mit. Ne, nicht Blank Rune. Die setze ich jetzt ein. Richtig, das wollte ich machen. Degas. Okay, ihr müsst es nicht mehr zeichnen. Oh, so ist das. Okay. Ähm, ich nehme Perfro mit und Black Rune. Genau, das ist der Plan. Ihr müsst mir doch nichts mehr zeichnen. Let's go. Und diese Perfro werden wir gleich nochmal rerollen. Okay, ich gehe einfach mal ran. Ich riskiere es. Ich riskiere es. Ich riskiere es. Ich riskiere es. Klick nicht in die Luft. Klick nicht in die Luft. Okay. Gimpy tut seine Arbeit. Sehr schön. Gimpy ist Bro. Und du bist Taut. So, let's go. Rein hier. Und jetzt, ähm... Erstmal die Rune ablegen. Und die dann erstmal Diplopian zusammen mit den Kisten. Curse of the Unknown. Okay, Hauptsache kein Curse of the Blind. Denn der hat uns heute schon fast das Genick gebrochen. So, und jetzt duplizieren. Ah, gut. Das Trinket kann ja auch zu etwas werden. Judas Sch... Okay, das nehmen wir mit. Judas Shadow für den Notfall. Falls wir nicht abkratzen. Die Blank Card nehmen wir natürlich mit. Und können jetzt erstmal rerollen. Isaac Sard, ja, gehen wir weg damit. Edens, äh, hier, nee, das hier könnten wir mitnehmen. Infestation ist auch ein nettes Item. Let's go. Ähm... Nochmal rerollen. Edens Blessing schon wieder. Oh mein Gott. What the fuck. Schon wieder Edens Blessing. Das ist verrückt. Das nehme ich mit und das nehme ich mit. Das sind gute Sachen. Gute Items. Kann man sich nicht beschweren. So, sehr schön. Weiter geht's. Sehr schön. Weiter geht's. Aber wieso funktioniert, ähm... Crickets Body nicht? Das sieht... Okay, jetzt gerade ein bisschen. Hm, sehr... Okay. Wieso ist meine Träne so klein? Eigentlich müssen die doch voll groß sein. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, eins. Okay, der Boss müsste da oben sein. Let's go. Proptosis müssen wir da nah ran. Nicht wahr? Dann macht's Damage. Weiter weg ist nicht gut, ha? Ist das überhaupt gut jetzt? Oh, what the fuck? Was war das? Holy shit. Wieso war die auf einmal so groß? Irgendwie sind meine Tränen ganz komisch. Ganz, 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 ganz komisch. Ganz, ganz komische Dinge. Okay, wenn sie reflektiert werden, werden sie auf einmal riesig vom Gegner oder aufplatzen. Oh, what the fuck? Cool. E-Wars. Nee, nehmen wir nicht mit. Du auf Klaps. Ja, wenn's ein muss, legen wir ein paar Bomben. So. Na, kriegen wir noch etwas zum Perth-Rown oder zum Black-Runen? Oder eher nicht? Was sagst du, Spiel? Ja, das könnten wir. Erstmal Perth-Rown. Nochmal Perth-Rown. Und jetzt Black-Runen. Let's go. Ein bisschen Luck-Up dazu bekommen. Ja, dann hätte ich auch... Oh mein Gott. So würden unsere Tränen jetzt aussehen, oder was? So würden unsere Tränen aussehen, oder vielleicht nicht? Schade, dass dieser Automat keine Items droppt. Aber so würden eigentlich unsere Tränen aussehen, wie es aussieht. Lups. Auf Wiedersehen. Und diese Kiste öffnen wir noch. Es ist der Stick mit... Macht der Tierstab? Nee. Okay, let's go. Holy shit, wenn ich reflektiere, ist er abgefahren. Hängt das von Luck ab? Oh mein Gott. Der Kai... Oh mein... Oh, die ganzen Tränen, die reflektiert wurden. Wie cool war das denn? Oh nee, mit Ludovico mache ich ganz sicher nicht Delirium. Vielen Dank fürs Zusehen. Ähm, sehr cool auf jeden Fall mit dieser Reflektion, wenn die Tränen... Das ist abgefahren cool mit Proptosis und so. Ähm, vor allen Dingen ein richtiger Bosskiller, dieses Item, dieses Angel-Ear-Item. Sehr schön. Sehr schön. Hat heute bei mir gepunktet. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Harley.